Hier in Korb diesen Abend probieren wir mit Haarstöpseln und mit Vernetten. Wir werden Vernetten auf die Haarstöpsel tun und sehen, wie sie reagieren. Nummer 1. Was darauf fährt? Eine Katze. Eine schwarze Katze. Wunderschöne schwarze Katze. Nummer 2. Auch eine Katze. Miau. Die ist ja wirklich schön. Und Haarstöpsel Nummer 3. Oh, Pantoffeln. Naja, vielleicht können wir sie auch verkaufen.